hallo und herzlich willkommen bei lebenskunst bewusstes autarkes und freies leben in diesem video geht es heute um ein ganz wichtiges thema es geht um das gefühl und um den kopf um den verstand um die emotionen denn hier liegt ein ganz großes missverständnis vor welches ich immer und immer wieder lese immer wieder in beratungen mit bekomme oder auch in meinem privaten umfeld förmlich sehe gefühl und verstand respektive die emotionen sind nicht das gleiche wie ich das bereits in einem anderen video ausführlich erklärt habe auf was ich in diesem video hinaus möchte ist lebensverändernd es ist so dass viele menschen immer und immer und immer wiederkehrend sich die frage stellen soll ich auf mein gefühl hören oder soll ich dem folgen was mir mein kopf sagt und den völlig bewussten gedanken diesbezüglich ist das oft nur eine frage davon wie viel konsequenz kann ich ertragen wenn du dir das aber aus einer anderen höheren perspektive heraus anschaust dann ist es so dass dein ganzes leben ausnahmslos auf emotionen und letztlich auf dem kopf aufgebaut ist da stellt sich gar nicht die frage ob gefühl oder kopf denn die kopf entscheidung ist immer die automatisierte entscheidung immer alles was du präferiert alles was du lebst alles was du denkst zu sein das ergibt sich ja bereits aus dem satz kommt aus der emotion aus dem kopf heraus alles ich mache dir dafür jetzt ganz ganz viele beispiele du denkst du bist du selbst indem du in deinem zuhause ordnung hältst und wir sprechen hier nicht von ordnung dass du schaust dass du nichts auf dem boden liegen hast worüber du stolpern könntest oder dass beispielsweise die spüle immer wieder leer ist und sich dort kein geschirr drin befindet sondern ich spreche von ordnung indem es dir wichtig ist dass alles so ist wie du es brauchst wie du es möchtest und wie du in wirklichkeit auch gar nicht anders kannst denkst du wirklich dass das du bist natürlich nicht das ist genau das was dir quasi vermittelt wurde so dass es in deinem kopf ist und du danach lebst das hat gar nichts mit deinem wahren inneren kern zu tun das heißt du bist immer wieder drauf und dran für große ordnung zu sorgen weil du merkst hey das tut mir gut dann kann ich klarer denken dann bin ich in mir aufgeräumt dann habe ich hier einfach viel mehr zeit die ich mir dann für etwas anderes nehmen kann demnach ist das ja etwas gutes für mich demnach ist es etwas was ich immer machen möchte ich muss das ja nicht natürlich musst du bist aber nicht ehrlich zu dir selbst denn das ist der erste schritt dass du erkennst dass du es musst denn du erklärst es ja bereits aus dem müssen heraus wenn du das brauchst um klare gedanken zu haben um besser leben zu können etc dann ist es für dich ein innerliches unterbewusstes muss und das findest du in jedem bereich deines lebens x-fach und hierbei sollte dann immer die frage sein bis dass du hat das wirklich etwas mit dir zu tun das beispiel kann man auch noch weiter ausführen du bist an dem punkt an dem du das bemerkst du hast es erkannt dass das ein innerliches unterbewusstes muss ist jetzt ist die frage machst du damit weiter oder lässt du es bleiben denn du kommst an den punkt an dem du merkst ich möchte das nicht aber aber was sollen die anderen von mir denken die regelmäßig zu besuch kommen was soll mein partner von mir denken dass ich jetzt faul geworden bin dass ich all das nicht mehr machen möchte was sollen meine kinder von mir denken es ist doch nicht sinn und zweck die kinder in einer unordentlichen umgebung aufwachsen zu lassen das kann doch nicht sein dass das ihr zu hause ist das muss doch schön sein lässt du es dann bleiben natürlich nicht du siehst gar keine notwendigkeit weil du dich der wahre kern hinten anstellt weil du für andere lebst statt für dich demnach ist dir dann klar da gibt es ein gefühl es sein zu lassen du hast darauf keine lust aber du machst es trotzdem aus der emotion aus dem kopf heraus weißt du wie lange du das machst so lange bist du nicht mehr kannst bist du quasi aus dem leben gerissen wirst um es sein lassen zu können oder du vielleicht an dem punkt ankommst an dem du merkst nein das geht jetzt nicht mehr und jetzt überleg dir nochmal ganz genau was du eigentlich davor von dir dachtest dass du das bist dass das zu dir gehört dass das wichtig ist dass dich das ausmacht gar nichts macht dich aus und schon dreimal nicht die ordnung in deiner wohnung oder in deinem haus wie sieht es aus mit dem sport gehst du zum sport weil du absolute freude hast ich würde behaupten in über 95 prozent der fälle ist das nicht der fall du gehst zum sport aus unterschiedlichsten gründen um dort mit anderen menschen zu sein die du vielleicht kennst das heißt dir geht es nicht um den sport sondern dir geht es darum mal aus deinem loch zu hause raus zu kommen um dich mal nicht alleine zu fühlen um angenommen zu werden um halt zu bekommen um berechtigterweise gesehen zu werden aber dir geht es doch nicht um den sport aber das was daraus entsteht dass du dorthin gehst um gesehen zu werden um quasi dir bestätigung zu holen um nicht alleine zu sein auch das hat mit dir nichts zu tun denn du musst das machen um dich überhaupt ansatzweise gut zu fühlen das ist aber nicht das was du wirklich bist auch hier entsteht das ganze unterbewusst aus dem kopf heraus natürlich oberflächlich gehst du zum sport aber in zweiter instanz gehst du nicht zum sport sondern du gehst als beispiel dahin um teil einer gruppe zu sein du gehst da aber vielleicht auch hin um abzunehmen weil du davon ausgehst dass wenn du sport machst dass du langfristig auch abnehmen wirst jetzt schau dir an wie du sport dort machst mit welchem hintergrund denn wenn du es nur machst weil dir jemand gesagt hat geh dorthin zum beispiel dein partner weil er sich gegenüber dir geäußert hat und gesagt hat du hast jetzt mittlerweile schon so viel zugenommen mir gefällt das nicht mehr jetzt kann ich dir zu 100% versichern dass wenn du aufgrund dieser intention zum sport gehst dann wirst du niemals abnehmen denn das abnehmen hat nichts mit der kalorientheorie zu tun hat nichts mit einem grundumsatz zu tun sondern ist einzig und allein dadurch begründet dass du für dich in wirklichkeit einen aktiven biologischen konflikt hast jedoch gehst du ja offensichtlich zum sport und das macht dich aus Mensch ich bin sportlich ich bin eine richtige bewegungskanone ich hab da richtig spaß dabei das stärkt meinen selbstwert ist doch alles quatsch mach dir doch bitte nichts vor du gehst nicht aus dem gefühl aus dem wahrhaftigen gefühl zum sport sondern du gehst aus einer emotion heraus du gehst aus einer unterbewussten Situation dorthin die du für dich damit verbunden hast beziehungsweise erlebt hast und das die Schlussfolgerung ist machen wir weiter beim Kochen du sagst du kochst unglaublich gerne für dich und auch für deine Familie machst du das wirklich um zu kochen machst du das wirklich für dich und deine Familie bist das du oder bist das du überhaupt nicht denn in Wirklichkeit möchtest du hier einfach auch nur gesehen werden wie gesagt das ist ein Beispiel natürlich gibt das Menschen die aus der puren Freude heraus kochen die sich im Kochen in der Kreativität ausdrücken es ist nur leider bei über 99% der Menschen nicht der Fall da ist es genauso nur ein Um zu bei dem einen ist es ein Um zu essen um eben nicht hungern zu müssen beim anderen ist es ein Um zu dem Partner gefallen den Kindern gefallen für die Kinder da sein ihnen Halt und Sicherheit zu geben was du übers Kochen machst und nicht über das dass du einfach nur da bist dass die alleinige Anwesenheit aus deiner Perspektive heraus nicht ausreicht das bist nicht du du bist nicht die die in der Küche steht oder du bist auch nicht der der in der Küche steht das ist das was sich für dich in deinem Leben erstreckt weil dir noch nie aufgefallen ist dass du nur diesen Weg gehst nämlich den Weg des Verstandes den Weg der Emotion du machst es nicht aus dem Gefühl heraus und das findet so bei jedem Menschen statt der sich selbst nicht reflektiert der nicht auf seinen eigenen wahren Kern zurückschauen kann und dazwischen wenn sich das entwickelt wenn sich das zeigt oftmals durch einen anderen Menschen oder natürlich durch einen selbst im sehr sehr innigen Reflexionsprozess dann entsteht ein Phänomen welches so immer und immer wieder sich wiederholt dann bin ich nämlich an dem Punkt an dem ich bemerke Mensch da ist ein wahrer Kern und da ist ein Gefühl und dem steht eine Emotion eine Verstandesentscheidung gegenüber und dann kommt die Frage für was soll ich mich entscheiden alleine schon dass du dir die Frage stellst zeigt dass du diesem Empfinden niemals langfristig nachgehen wirst erst wenn diese Frage gar nicht mehr erscheint bist du an dem Punkt an dem du einfach deinem Gefühl folgst ihr fragt euch warum so viele Menschen unzufrieden unglücklich sind mit ihrem Job mit ihrem Beruf ganz einfach deshalb weil wenn du einen Job ausübst den du nicht aus deinem wahrhaftigen Gefühl heraus machst dann ist es nur eine Frage der Zeit bis es dir scheiße geht da kannst du drauf hoffen dass es nicht so extrem ausfällt wie das bei vielen Menschen der Fall ist denn das ist mitunter das was du am allerersten bemerken kannst wenn es um den Job um den Beruf geht dass du dort nur hingehst um Geld zu verdienen um deine Familie zu versorgen um dich selbst zu beweihräuchern indem du dort Wertschätzung Anerkennung bekommst und so weiter und so fort das bist aber nicht du das ist die Schlussfolgerung die Konsequenz aus dem was du erlebt hast aber aus der Perspektive heraus dass du das eigentlich nicht bist denn du schaust dem Ganzen eigentlich nur zu und genau das ist dann dieser stetige Kampf diese stetige Entscheidung zwischen soll ich auf mein Gefühl hören soll ich mich einfach mal fallen lassen soll ich loslassen und wenn dann das stattfindet dann ist aber dennoch immer noch die Erinnerung da immer noch die Vehemenz des Alltags der aufgesetzten Rolle der Struktur aber ich muss doch ich muss doch ich kann doch jetzt einfach nicht mehr nicht arbeiten gehen ich kann doch jetzt einfach nicht mehr nicht meinen Kindern was zum Essen machen doch das kannst du du siehst das für dich vielleicht nicht weil du aus der Angst heraus dein Leben bestimmst und solange du dein Leben aus der Angst heraus bestimmst wird es auch immer so bleiben denn die Angst filtert beziehungsweise formt deine Perspektive das Gefühl das wahrhaftige Gefühl das lässt dich einfach nur durchs Leben gehen und dieses Gefühl dieses innere Vertrauen diese innere Sicherheit zu dir und dem Leben das ist es was mit hundertprozentiger Sicherheit dich immer durchs Leben bringt denn du wirst in jeder Phase deines Lebens keine Zweifel mehr haben denn die Zweifel sind es doch die dich auffressen die Zweifel sind es doch die dich überhaupt erst in eine Entscheidung bringen ohne diese Zweifel ohne diese Angst keine Entscheidung denn für was sollst du dich entscheiden rein rational gesehen siehst du das sogar aber dann kommen natürlich immer wieder die ganz vielen Faktoren die beinhaltet sind da geht es natürlich viel ums Thema Geld da geht es viel um das Verantwortungsgefühl in Bezug auf die Kinder da geht es viel auch um den Partner da geht es um die Eltern all das ist ein riesengroßer Wirrwarr von Verstrickungen in denen du dich befindest aber du lebst diese Verstrickungen erkennst aber nicht dass du das gar nicht bist und dass es das auch gar nicht braucht du machst es aber weiter weil du gar nichts anders kannst das ist demnach auch überhaupt gar kein Vorwurf das ist die blanke Erkenntnis darüber wie es für dich abläuft wenn du das Leben lebst durch und in deinem Gefühl dann brauchst du dir keine Gedanken mehr zu irgendetwas machen dann ist es für dich vollkommen klar dass du da nicht mehr hinterher bist dass du das für dich nicht mehr brauchst weil die Emotion dahinter nicht mehr da ist jetzt würde mich natürlich interessieren ob du genau diesen Zwiespalt diese Entscheidung für dich immer wieder hast siehst sie erkennst und spreche ich dir damit aus deinem Herzen heraus fühlst du dich angesprochen wenn ja oder auch wenn nein hinterlass mir doch bitte einen Kommentar in der Kommentarsektion unter dem Video würde mich sehr sehr freuen wenn dir dieses Video gefallen hat und dich entsprechend zum Nachdenken angeregt hat dann würde ich mich an dieser Stelle über einen Daumen nach oben freuen wenn du Freunde und Bekannte hast die eventuell genau in diesem Strudel schon seit vielen vielen Jahren drin sind und sie dir davon immer wieder erzählen dann teile diesen doch bitte dieses Video hier von mir solltest du noch kein Abonnent dieses Kanal zu sein dann hol das doch bitte jetzt einmal nach und wenn du schon abonniert hast dann aktiviere doch bitte die Glocke um auch sicherzustellen dass du jedes neu hochgeladene Video oder jeden gestarteten Livestream von mir angezeigt bekommst bis zum nächsten Mal euer Ingmar